Die nächsten Tage wird es bei uns in Deutschland immer wärmer. Endlich kommt zum ersten Mal in diesem Frühling ein stabiles, schöne Wetter hoch auf West- und Mitteleuropa zu. Und die Temperaturen steigen deutlich an. Das sind die Höchsttemperaturen am Pfingsten, Montag. Das ist der sogenannte Modelloutput. Da kann man bei Sonnenschein nochmal 2 bis 3 Grad obendrauf rechnen. Im Osten 23 Grad, werden es wahrscheinlich 25, 26 Grad werden. Und hier im Südwesten bis zu 25 Grad. Da sind auch locker mal regional 27 bis 28 Grad drin. Etwas kühler bleibt es naturgemäß an den Küsten. Hier meist nur 15, 16 oder 17 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Donnerstag. Aber auch sie ist wieder da und mit sie ist die große Trockenheit gemeint. Sie ist momentan eh schon stark verdrehten im Norden und Osten des Landes. Aber die nächsten 10 bis 14 Tage bringen bei uns in Deutschland kaum noch Niederschläge. Einzige Ausnahme der Alpenraum. Und vielleicht mal ein paar Wolkenfelder über der Nordsee und Ostsee. Da kann es mal ein bisschen rauströpfeln. Aber ansonsten steht uns eine längere, sehr trockene Wetterphase in Deutschland bevor. Wahrscheinlich bis weit in die erste Juni-Dekade hinein. Und das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Die Bilanz im Mai bisher. Wir haben eine mittlere Temperatur von 12,6 Grad Celsius. Und damit liegen wir im Vergleich zum alten Klimamittel 0,9 Grad darüber. Im Vergleich zum neuen Klimamittel ist alles im Lot. Weder zu warm noch zu kalt. Aber spannend ist der Niederschlag. Bisher hatten wir auf Deutschland hochgerechnet 44 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und das sind gerade mal 57 Prozent vom langjährigen Durchschnittswert für den Mai. Und spannend ist dabei, da kommt bis Ende Mai nichts mehr runter. Das heißt, wir werden mit einem Minus von mindestens 40 Prozent den Mai beenden in Sachen Niederschläge. Und verbreitet ist es noch mehr an Defizit. Nur im Westen und Süden, da gab es deutlich zu viel Regen. Beim Sonnenschein bisher 157 Sonnenstunden und damit ist das Soll aktuell zu 77 Prozent erfüllt. Aber mit dem sehr sonnigen Pfingstwochenende, dem sehr sonnigen Dienstag und Mittwoch, kommen da wahrscheinlich deutlich weitere Sonnenstunden dazu. Am Ende wahrscheinlich ein Plus von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zu einem normalen Mai. Also das wird noch sehr spannend werden. Und wir schauen hier mal auf diese Karte, weil die zeigt eindrucksvoll, wo war der Mai bisher zu nass. Und das ist wirklich nur hier im äußersten Westen der Fall und hier im äußersten Süden. Mittendrin ist es überall bisher deutlich zu trocken. Und das gilt besonders hier für die Osthälfte und für die Nordhälfte. Die braunen Farben zeigen uns, hier kamen noch nicht mal 10 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Hier haben wir eine große Trockenheit und diese Trockenheit wird sich in den nächsten Tagen und wahrscheinlich Wochen weiter verstärken. Und dementsprechend steigt natürlich auch die Waldbrandgefahr weiter an. Das ist die Waldbrandgefahrenkarte für Pfingstsamstag. Verbreitet Warnstufe 3 von 5, aber hier Richtung Rhein sogar auch mal Stufe 4 von 5. Also es wird langsam schon wieder etwas brenzlig werden. Und die Waldbrandgefahr wird nächste Woche aufgrund der trockenen Wetterlage weiter ansteigen. Ein Blick auf den Dürremonitor und wir sehen, in den tiefen Erdbodenschichten ist die Dürre fast überall beendet worden. Naja, die Betonung liegt auf fast überall. Denn hier in der gesamten Osthälfte haben wir immer noch eine große Trockenheit in den tiefen Erdbodenschichten. Kein Wunder, da blieb der große Landregen ja aus. Und wir schauen mal noch ein bisschen weiter auf die Dürre und zwar in den oberen Bodenschichten. Da sehen wir aber, ist die Lage zumindest aktuell noch entspannt. Aber auch das dürfte sich in den nächsten 10 bis 14 Tagen ganz schnell wieder ändern. Bad Orb, der Blick auf die Ensemble-Prognose bis zum 10. Juni. Es wird wärmer, 20 bis 25 Grad. Es bleibt trocken bis Anfang Juni. Dann vielleicht mal ein paar leichte Niederschlagssignale. Ist aber alles noch sehr unsicher. Und wir schauen nach Bad Kreuzen. Auch hier Trockenheit bis Anfang Juni. Temperaturen 20 bis 25 Grad. Auch hier kann sich der Sommer voll durchsetzen. Ein Blick auf das lange Pfingstwochenende hatten wir schon ein paar Mal gemacht. Aber es gibt eine markante Wetteränderung. Und wir schauen erstmal auf den Pfingstsamstag. Viel Sonnenschein in ganz Deutschland. Nur im Westen ein paar hohe, lockere Wolkenfelder. Harmlos. Niederschlag ist nicht zu erwarten. Und am Pfingstsonntag geht es genauso weiter. Viel Sonnenschein. Später hier im Westen ein paar dichtere Wolkenfelder. Es bleibt aber trocken. Und jetzt die größte Änderung. Das amerikanische Wettermodell ist wie zu erwarten war umgefallen. Noah hat zurückgerechnet. Das war die alte Prognose gewesen von Pfingstmontag. Da sind ja manche auf den Zug aufgesprungen. Haben auch kommentiert bei uns. Naja, Pfingst wird doch nass und wolkig werden. Das war die alte Prognose. Die hat diesen Höhen-Kalt-Luft-Tropfen drin gehabt. Aber das europäische Wettermodell hat immer wieder gesagt, da kommt nichts. Es bleibt sonnig und warm am Pfingstmontag. Ja, und jetzt ist eben auch das amerikanische Wettermodell umgekippt. Hier die neueste Prognose. Und wir sehen, alle Wolken fast verschwunden. Regen ist nicht mehr zu erwarten. Einzige Ausnahme hier im Alpenraum. Da kann es mal Blitz und Donner geben. Hier muss man bei der Wanderung etwas aufpassen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch weitergeht, ladet euch einfach mal unsere wetter.net-Wetter-App runter. Einfach in den Google Play Store gehen, runterladen, testen und uns gerne auch eine Bewertung hinterlassen im Google Play Store. Das würde uns sehr freuen. Was erwartet uns beim Wetter in der kommenden Nacht zum Freitag? Da kann es noch mal Bodenfrost geben. Nach Norddeutschland hin nur Temperaturen um die 3 bis 4 Grad in 2 Metern Messhöhe. Durchaus ist da punktuell Bodenfrost noch mal möglich. Sonst die Temperaturen bei 14 bis 5 Grad, also teilweise deutlich milder. Ja, und dann ab morgen, da kommt dieses stabile Blockadehochwera voll zum Tragen. Es liegt hier sehr umfangreich bei den britischen Inseln. Es macht die Tür zu für alle atlantischen Tiefausläufer und das mindestens für die nächsten 5 bis 7, wahrscheinlich sogar 10 Tage oder noch länger. Aber so eine kleine Kaltfront zieht da morgen noch mal vorüber. Kaum wetterwirksam, bringt ein paar Wolken. Kühlere Temperaturen im Norden nur 15 bis 16 Grad, ansonsten 19 bis 25 Grad. Am Oberrhein, da ist ein Sommertag möglich. Und auch der Pfingstsamstag verbreitet 23 bis 25 Grad, im Norden kühler 19 bis 22 Grad. Überall recht viel Sonnenschein, 12 bis 16 Sonnenstunden. Und auch der Pfingstsonntag bringt viel Sonne. Im Westen ein paar hohe Wolkenfelder Temperaturen schon wieder verbreitet bis zu 25 oder 26 Grad. Am Oberrhein bis zu 27 Grad. Da gab es ja auch eine muntere Diskussion unter unseren Wettervideos. Manchmal wirklich sehr erheiternd. Da wurde drüber gestritten, das wäre doch überhaupt kein sommerliches Pfingstwetter. Es wäre ja nur punktuell mal irgendwo 25 Grad zu erreichen. Naja gut, die Definition ist klar. 25 Grad in Deutschland ist ein Sommertag. Ob es an einer, an fünf oder hundert Wetterstationen ist, da gibt es keine weitere Definition. 25 Grad einmal erreicht ist per Definition ein Sommertag bei uns im Land. Und ich würde mal sagen, das ist schon sehr verbreitet im Osten, am Rhein, am Main, im Südwesten. Überall 25 bis 27 Grad. Ja und meine Güte, wenn es nur 23, 24 Grad sind, es ist der 28. Mai. Da ist das mehr als genug. Wir schauen auf den Pfingstmontag. Auch der wahrscheinlich sommerliches Wetter. 23 bis 27 Grad. Auch an den Küsten Werte über 20 Grad am Pfingstmontag. Dazu reichlich Sonnenschein. Und genauso geht es auch weiter am Dienstag nach Pfingsten. 19 bis 22 Grad im Norden. Bis zu 25 Grad im Osten. 26 bis 27 Grad in der Landesmitte. Und im Südwesten weiterhin viel Sonnenschein. Und was soll ich sagen? Der Mai geht mit viel Sonnenschein. Der Juni kommt mit viel Sonnenschein. Temperaturen am Mittwoch 23 bis 28 Grad. 24 bis 29 Grad am Donnerstag. Am Freitag 25 bis 30 Grad. Also von Schafskälte ist weit und breit nicht zu sehen. Weder in den ersten Junitagen, weder danach. Es bleibt einfach sehr, sehr warm. Und bis zu 30 Grad Anfang Juni. Das ist dann auch schon eine kleine Hausnummer. Ja, und die Wetterlage bleibt dann sehr stabil. Am Pfingstmontag das Hoch vor unsere Haustür. Und langsam wird es wärmer in 1500 Metern Höhe. Da kommen die Warmluftmassen herangeströmt. Und die Kühlluftmassen bis minus 3, minus 4 Grad sind weit abgedrängt über Nordeuropa. Die hat ja das amerikanische Wettermodell immer wieder mal reingerechnet. Aber wie gesagt, da war seit Tagen eigentlich klar, dass es nur eine Ausreißerberechnung war. Denn das europäische Wettermodell blieb die ganze Zeit bei stabiler Sommerwärme. Auch am Pfingstmontag. Ein paar Tage später, Sonntag nächste Woche, 4. Juni. Und wir sehen, die Höhenwärme könnte sich vielleicht gut ausbreiten. Von West über Mittel bis nach Osteuropa. Und das hieße dann auch unten am Erdboden 25 bis knapp 30 oder vielleicht auch 31 Grad. Es erwärmt sich ganz langsam. Und das zeigt auch die Ensemble-Prognose bis zum 10. Juni für Norddeutschland. Temperaturanstieg auf 20 bis 25 Grad. Einzelne Ausreißerrichtung 30 Grad. Marke kaum Regen bis zum 10. Juni. Kaum Regen bis zum 10. Juni. Auch in Westdeutschland Temperaturen bis zu 25, knapp auch mal 30 Grad. Es wird also deutlich wärmer werden, auch im Westen des Landes und der Osten. Die gleiche Wetterentwicklung. 20 bis 25 Grad. Später sogar 25 bis knapp 30 Grad. Und kaum nennenswerter Niederschlag. Und wir blicken nach Süddeutschland. Auch hier insgesamt sehr stabil, was die Temperatur angeht. 20 bis 25 Grad auf einer Höhe von knapp über 600 Metern. Auch nicht schlecht für die aktuelle Jahreszeit. Und die Temperaturen, wie gesagt, gehen rauf. Und die Niederschläge bleiben erst mal gering. Vielleicht später ein kleiner Anstieg zum 6., 7. Juni, was die Niederschlagssignale angeht. Zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier eine deutliche Erwärmung auf 25 bis knapp 30 Grad. Ab und zu mal ein paar geringe Regensignale. Ja, und diese Regensignale sehen wir hier nochmal als Regensummen dargestellt. Bis zum 10. Juni im Mittel in der Landesmitte gerade mal 15 Liter Regen pro Quadratmeter verteilt. Auf die nächsten 14 Tage, das ist wirklich verschwindend gering. Es gibt ein paar Ausreißer deutlich weiter nach oben, aber auch viele Ausreißer deutlich weiter nach unten. Auch der Hauptlauf gerade mal 5 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum 10. Juni. Also das Thema Trockenheit, das könnte uns vielleicht bald in ganz Deutschland wieder ziemlich stark beschäftigen. Ja, und das hat ja auch das CFS-Modell vorhergesagt für den Juni. Der Juni könnte ziemlich trocken ausfallen, zumindest hier bei uns in Deutschland, aber auch in Osteuropa. Hier besonders in Norddeutschland und in Süddeutschland in der Landesmitte weiße Farben. Das heißt eher ausgeglichen, das zumindest ist die aktuelle Prognose gewesen, berechnet gerade hier im Zeitraum 14. Mai bis 23. Mai. Das sind die Anfangswerte und da wurde eben berechnet, dass der Juni ziemlich trocken ausfallen soll. Und weil so oft immer wieder gesagt wird, Noah sei sehr sprunghaft, hier mal die alte Prognose für den Juni in Sachen Niederschläge. Und zwar berechnet Anfang bis Mitte März. Wir vergleichen mal. Ich würde mal sagen, da sah sich das Ganze schon mal ziemlich ähnlich. Auch damals wurde schon berechnet eher ein zu trockener Juni in Deutschland und in Osteuropa und ein zu nasser Juni rund ums Mittelmeer. Und genau diese Berechnung ist jetzt immer noch da, nur ist sie eben verstärkt worden. Das ist also sehr spannend. Ein sehr nasses Mittelmeer. Naja, für Urlauber vielleicht nicht gerade das gute Urlaubsevent, wenn es so kommen würde. Da bleibt man besser zu Hause auf Balkonien im Juni. Aber wie gesagt, es ist eben nur ein Wettertrend und noch keine sichere Wettervorhersage. Wir haben ja auch gesehen, der April hätte eigentlich zu warm ausfallen sollen. Laut Noah am Ende ist er doch leicht zu kühl ausgefallen. Also das ist so eine Sache mit diesen Langfristprognosen. Aber auf jeden Fall sehr beeindruckend. Da hat sich eigentlich in der Prognose von der gesamten Lage relativ wenig getan. Nur es hat sich alles nochmal intensiviert. Also mehr Nass ums Mittelmeer und mehr Trockenheit abseits vom Mittelmeer. Es ist spannend. Spätestens Ende Juni werden wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Tschüss, bis bald. Das ist passiert. Untertitelung des ZDF, 2020